Zugleich zwei schweren Unfällen mit verletzten Motorradfahrern kam es am Sonntag kurz hintereinander im Zwickauerland. Gegen 16.45 Uhr beabsichtigte in Lauenhain ein 20-jähriger Fahrer eines Renault Clio an der Buswendestelle der Lauenhainer Hauptstraße zu wenden. Bei der Wiederauffahrt auf die Straße beachtete er einen aus Richtung Grimmitschau-Komtengrad-Fahrer nicht, sodass dieser in die Seite des Wagens prallte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 18-jährige Suzuki-Fahrer schwer verletzt. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Renault-Fahrer verletzte sich leicht. Die freiwillige Feuerwehr Grimmitschau kam am Unfallort zum Abbinden ausgelaufener Betriebsmittel zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Wenig später ereignete sich in Mößen St. Jakob ein weiterer Unfall mit Beteiligung eines 30-jährigen Bikers. Dieser befuhr mit seiner KTM die Hauptstraße aus Richtung B173. Dabei überholte er mehrere PKW. Als eine 41-jährige Fahrerin eines DU in Richtung B173 auf die Hauptstraße einbog, konnte der Gratfahrer nicht mehr ausweichen. Er prallte mit dem PKW zusammen. Beim Sturz traf er auf einen Audi auf und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Vor-Ort-Behandlung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bei diesem Unfall lag der Gesamtschaden bei 20.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz.